Willkommen zu Mass Effect 2 Ja, ich hab meinen Text vergessen, scheiße, egal, was wollte ich jetzt eigentlich? Ah ja, was ich auch kurz sagen wollte, bevor ich jetzt hier weiterspiele Meine Freunde haben mich mal angesprochen, warum machst du überhaupt dieses Let's Play weiter? Es guckt doch so keine Sau Und ich weiß, es guckt eigentlich keine Sau Aber wisst ihr was? Ist mir scheißegal! Wirklich! Es geht mir echt am Arsch vorbei So, was wollte ich nochmal sagen? Importieren Sie Mass Effect 3 Spielstände, falls Sie Teil 2 überleben? Natürlich überlebe ich das! Mann! Ich hab 3000 mal durchgezockt Ich kenn jeden verdammten Scheißwinkel Jede verdammte Stelle Mann! So, was wollte ich jetzt hier? Was war das hier nochmal? Mit Zane! Ja! Mann! Ich spreche nicht, war ich schon hier? Ja! So! Mit wem unterwegs? Daros und Tali! So! So! Soll ich umspoilern? Nein! Das war das! Ah! Ja! Eine billige Arbeitskraft! Eine billige Arbeitskraft! So! Entscheiden! Leben lassen! Ja! Scheiße muss ich da! Das geht hier gar nicht! Ja! Nein! Nein! Wach mir da! So! Ja! Lust! Oh Gott! Ich hab nen Schluck auf! Na ja! Hilfe! Er ist noch am Leben. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Ich spüre meine Füße nicht. Ich spüre meine Beine nicht mehr. So. Ich dachte, jetzt wohne ich hier auf den Blitznarbe. Ah, wenn ich jetzt einen Maus zeige, würde ich dir heute das zeigen. Ihr seht es sicher. An seinem rechten Auge. An seinem Stirn. Sieht aus wie die Blitznarbe von Gary Potter. Äh, ja. Sie haben Glück. Wer hat Ihnen das angetan? Und warum? Wir sind nur die Nachtschicht. Nasada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Hä? Habe ich gerade eine Katze gehört? Ach du Scheiße. Katze. Hör auf um zu miauen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das ja gehört. Wir haben es jetzt gehört. Und äh, ja. Jemand ist hier, um Nasada zu töten. Ich muss ihn finden. Ich habe niemanden gesehen. Aber das erklärt, wie Seltener sagt, es dulde keinen Aufschub. Nasada wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann. Die Hunde. Er wird nicht überleben, wenn wir ihm nicht helfen. Ich kann nicht erraten. Hier. Das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Danke. Das hilft. Sehr. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ja. Das ist mal wieder eine ganz tolle Sache. Einen ganz tollen Medigil. Du bist ja halb am sterben. Kannst fast gar nichts mehr. Und fack Stuhl. Mann. So. Und dann kriege ich so einen kacken Medigil. Und was ist? Hier geht wieder Pudel wohl. Kannst machen, was du willst. Kannst wieder 24 durch... Feier mal. Feiern. Ah. Scheiße. Death Note. Hier nicht. So. Ähm. Turm. Söldner. Was ist davon jetzt interessant? Für mich ist ja so alles uninteressant. Ähm. Ähm. Ja. Uninteressant. Ja. Uninteressant. Ja. Wer das interessant findet, sollte sich das Spiel holen und das alles durchgehen. Ich hab's schon getan. Und es dauert so zu lange. So. Ich tue, was ich kann. Danke. Los. Ja. Weiter. Ha. 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 Haben sie mir gehört? Oh Scheiße, aber affengeiler Ausblick hier, muss ich ehrlich zugeben. Hier, das ist, ich glaube das ist ja ein bisschen hier von Star Wars. Naja, hier in Episode 3. Hier kommt dann hier, das, das da. Wo wir sind bekannt vor. Und das auch, und das auch. Aber das kann gut sein. Und... Ille. Ja, ja, entschuldige, dass ich lange gegehen habe. Es ist nicht lange her, dass ich von Arbeit wieder kam. Und ich habe noch nie geschlagen, ich habe gerade was gegessen. Obwohl, ne, doch, die Stunden sind länger her. Was ist das? Das ist ein wenig, aber ich habe das nicht genannt. Na komm, komm, komm. Nein, 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 Scheiße, Scheiße. Henne, du wichser! Haaa! Uiihiihse! Ah! Ja! Lamm! Lamm! Ich sterbe! Ähm! 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 Ja! Ah nein! Nein, 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 nein! Ich werde schütteln! Ich nicht! Achtung! Oh! Ich bin gequatte! Idiot! Ah! Was das? Oh man, ich will sehen, dass ich noch... Ah! Ecke! Ecke! Ah! 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 Aua! Woher ist ein Gewalt? Aua! So! Fuckin' auf! So! M-M-M... War hier nicht noch was? Moment. Nicht? Oh nie! Ja... Hey! Ich glaube er ist hier rein! Dann geh rein und schnapp ihn dir! Geh du doch! Bewege deinen Arsch da rein! Messerner bezahlt dich nicht fürs Rumstehen! Na gut! Aber ich... Ich... Okay! Frage! Ihr seht doch! Ja okay! Das kann man jetzt ganz schlecht sehen! Eigentlich! Aber ihr seht doch! Ja! Das ist ein Olof Ventilator! Und jetzt die Frage! Wo ist die Leiche? baaj! Ja jetzt. Immer die Deutschen! Schau. Ja! Es passt wirklich an. So... Ich hab die Deutschen! Schau. Ach! Sie leiden wie verschwinden einfach! Ha ha, sein Kopf brennt! Ha ha, was für mich? Oder war es erst noch? Weil ich hier eigentlich brauche es so. Und eidlich! Oh, du Schlecker! Gehen wir eigentlich gut? Wie ist es dir schade? Ah, jetzt weiß ich es so. Wie? Wie wir die jetzt quillen? Die kann durchführen etwa. Glaube ich jetzt. Ja. Ja. Wie gesagt. Ich glaube jetzt. Ha! Eine Minute. Ah, ja. Toll! Jaaa! Ich habe alles nicht so viel, weil ich hier ein bisschen... Ach, kacke! Schuss! Mann! Schnapp sie dir, Chatika! Ravus-Mädchen! Chatika! Links! Das klingt ganz ehrlich für mich wie so eine... Pui! Mann, links durch! Konzentriertes Reu-Abständer! Das war zähl, wenn ich war. Chatika! Vollschiss! Die Deckung! Destabilisiert! Konzentriertes Reu-Abständer! Das ist der Kluft! Spast! Jaaa! Diese verteilten Deutschen Kussion! Nichts! Jaaa! Was? Jaaa! 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 Jaaaa! Jaaa! 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 Was? 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 Oh Gott! Ich bin wieder! Ich vermute, ich muss bald Schafe Schafe machen! Was? 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 Wo ist dieser verdammte Schreifer? Nichts ist schneller als 30 Rewards Pass! Was? 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 So, jetzt mal wirklich! Oder was jetzt hier? Was? 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 Oh! Oh! Wir werden gehen! Hey, sieh mal! Die gehören nicht zu Eclipse! Sie sind doch hier, um uns zu helfen! Oder? Nein! Was? Ja! Ja! Das wirst du wirklich! Das wirst du wirklich in den Arsch gebissen! Wie so ein Arbeitskollege wirklich! Der ist auch so ein Penner! Ein ehemaliger Arbeitskollege! Der ist so ein Penner! Der ist so ein Penner! Ja! 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 Okay! Gut! Jetzt hole ich mir noch das Snipergewehr! Wie gesagt! Jetzt hole ich mir noch das Snipergewehr! Das Snipergewehr! Ja! Da liegt er schon! Geht doch! Ich dachte schon! Und Zayid! Zayid! Ist das denn nicht ein Moslem hier oder? Ähm... Schade! Ähm... 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 Ja! So! Fällig! Los! 4100 Credits! Jetzt gehen wir einmal durchladen! Wunderschön! Alles durchladen! So! Und hier machen wir kurz einen Cut! Oder ich mache Schloss auch allgemein jetzt erstmal für heute! Ich habe noch viel zu tun! Naja! Man sieht sich noch! Bitches!